Hallo und herzlich willkommen. Inhaltlich soll es heute um die Kleinunternehmerregelung gehen. Deswegen würde ich sagen, starten wir direkt rein. Ich mache mal die Slides auf und so weiter. Die Agenda für heute erstmal, also der rote Faden, zumindest für Sie die nächste Dreiviertelstunde, würde ich mal sagen. Ich möchte erstmal darauf eingehen, was eigentlich die Kleinunternehmerregelung ist. Ich sehe, dass gerade die Videos zur Kleinunternehmerregelung sehr häufig geklickt werden. Es liegt glaube ich auch so ein bisschen daran, dass einfach viele Leute, die online starten oder nebenbei starten und so, für die ist die Kleinunternehmerregelung so das Ding, was vermeintlich am günstigsten ist. Das ist übrigens gar nicht immer. Wann nicht, darauf gehen wir in diesem Video ein. Und auch wenn ihr mich persönlich fragt, muss ich ehrlicherweise sagen, ich bin absolut kein Fan von der Kleinunternehmerregelung. Ich habe in meinem Leben schon sechsmal gegründet. Das heißt, ich habe das schon ein paar Mal gemacht. Meine letzte Gründung ist quasi mit dem ganzen Steuerservice bei Contest. Das heißt, das, wo ihr quasi jetzt die Videos schaut und so weiter, habe ich mitgegründet. Das heißt, ich kenne mich mit dem ganzen Thema ein bisschen aus. Gelernt habe ich irgendwann mal Steuerrecht, Wirtschaftsprüfung und so weiter. Das heißt, ich habe auch schon diverseste Mandanten betreut, die natürlich Kleinunternehmerregelungen hatten, gegründet haben, für die Umsatzsteuer optiert haben, wieder zurück und so weiter. Das habe ich alles schon zigmal gemacht in meinem Leben. Deswegen habe ich das gerade auch kurz vorher in der Vorbesprechung gesagt. Es gibt glaube ich fast kein Thema, mit dem ich mich nicht noch mehr auskennen würde, als die Kleinunternehmerregelung. Deswegen ist das für mich ein sehr, sehr willkommenes Webinar. Deswegen kann ich auch sehr viel aus meinem Leben plaudern. Ich gehe natürlich darauf ein, was das ist und vor allen Dingen die Vor- und Nachteile. In einigen Fällen ergibt die Kleinunternehmerregelung super viel Sinn. Manchmal halt auch ausdrücklich nicht und wann das wie der Fall ist, darauf gehe ich ein. Dann gibt es ein paar Besonderheiten, gerade in Bezug auf Buchhaltung und Steuererklärung usw. Was macht das eigentlich aus? Darauf gehe ich noch ein. Genau, Buchhaltung und Steuern und eure Fragen. Was ist denn eigentlich die Kleinunternehmerregelung? Der wichtigste Grundsatz ist vielleicht erstmal zu wissen, was viele Leute gar nicht wissen. Die Kleinunternehmerregelung bezieht sich nur auf die Umsatzsteuer. Das heißt, ihr seid, auch wenn ihr Kleinunternehmerregelungen in Anspruch nehmt, das ist eine Regelung aus dem Umsatzsteuergesetz. Das heißt genau gesagt § 19 Umsatzsteuergesetz. Das ist auch häufig das, was man so immer auf Rechnungen schreibt usw. Das heißt, wir haben ja so schöne Gesetze, die sind ja recht dick, die Steuergesetze. In dem Umsatzsteuergesetz gibt es den § 19 und der besagt, wenn ihr bestimmte Umsatzgrenzen nicht überschreitet, dann müsst ihr keine Umsatzsteuer ausweisen. Das heißt, ihr habt mit der Umsatzsteuer nichts zu tun. Und das ist auch wichtig zu wissen, dass das nur mit der Umsatzsteuer zu tun hat, weil ihr müsst trotzdem eine Einkommensteuererklärung machen und trotzdem auch eine Gewerbesteuererklärung machen. Das wissen viele nicht, die denken irgendwie, ich bin unter den Umsatzgrenzen und muss deswegen, habe mit der Steuer nichts zu tun. Das stimmt so nicht. Ihr müsst keine laufende Umsatzsteuervoranmeldung machen. Das heißt, ihr müsst auf euren Rechnungen keine Umsatzsteuer ausweisen, habt aber dafür im Gegensatz auch nicht die Möglichkeit, die Umsatzsteuer, die quasi euch in Rechnung gestellt wird, geltend zu machen. Wenn ich mir so einen Schinken kaufe hier, kostet der ein Schweinegeld. Ich weiß es ehrlicherweise gar nicht genau wieviel. Hunderter. Und dann kriege ich ja eine Rechnung über 100 € und auf diese Rechnung ist ja auch Umsatzsteuer ausgewiesen. Und wenn ich kein Kleinunternehmer bin, also richtiger Unternehmer, also der Regelbesteuerung unterlege, dann kann ich diese Umsatzsteuer, die auf dieser Rechnung steht, Geld machen und die bekomme ich dann vom Finanzamt auch wieder. Das ist insbesondere dann für Gründer auch besonders interessant, weil wenn man am Anfang besonders viel investiert, das heißt mehr Ausgaben hat, als man eigentlich Einnahmen hat, dann kann das dazu führen, dass man sogar die ganze Zeit Geld vom Finanzamt wiederbekommt. Ich habe einige Gründungen schon betreut und wir hatten durchaus auch schon Mandanten, die über ein oder zwei Jahre lang Verluste gemacht haben und jeden Monat bzw. jedes Quartal einfach Geld vom Finanzamt wiederbekommen haben. Das heißt, wenn du gerade gründest und dir überlegst mit Kleinunternehmerregelungen ja oder nein, du weißt aber, du investierst in den ersten Jahren wahnsinnig viel, kann das gut sein, dass die Kleinunternehmerregelung für dich ungünstig ist, weil du halt nicht nur keine Umsatzsteuer ausweisen musst, du hast halt auch das Problem, dass du diese Vorsteuer nicht Geld machen kannst. Also Vorsteuer ist immer die Umsatzsteuer, die dir z.B. vom Beck Verlag in Rechnung gestellt wurde oder von Apple für einen Laptop oder von, den habe ich geschenkt bekommen. Das ist die Umsatzsteuer. Das heißt, dadurch verändert sich auch nicht eure Selbstständigkeit. Ihr seid trotzdem richtige Selbstständige. Das Ziel dieser Regelung ist, Geschäftsleuten, also Gründern, Selbstständigen mit geringen Jahresumsätzen das Leben ein bisschen zu erleichtern, weil die ganze laufende Buchhaltung, die Umsatzsteuervoranmeldung und so, also der Grund, warum man eigentlich monatlich oder quartalsweise seine Buchhaltung macht, ist meistens die Umsatzsteuer. Das ist der Grund, weil in der Umsatzsteuer steht, du musst halt monatlich oder quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldungen abgeben. Und wenn du darauf verzichtest, dann musst du es halt nicht monatlich oder quartalsweise machen. Das heißt, du hast in der ganzen Kalkulation, also die ganze Berechnung ist einfacher, weil du nicht mit Brutto und Netto unterscheiden musst, du rechnest halt immer mit den Bruttopreisen und du musst monatlich nicht deine Buchhaltung machen. Das heißt, es ist eine Bürokratieerleichterung muss man sozusagen. Das heißt, man kann das Ganze so ein bisschen ignorieren. An dieser Stelle, wichtig, da gibt es viel Verwirrung, was die Umsatzgrenzen betrifft. Umsatzgrenzen sind bei der Kleinunternehmerregelung wahnsinnig wichtig. Und zwar kannst du diese Regelung, ganz wichtig, du musst sie nicht in Anspruch nehmen. Das heißt, das ist eine Kannregelung. Das heißt, auch wenn du gründest und wenig Umsatz machst, musst du es nicht. Du kannst trotzdem sagen, ich will damit nichts zu tun haben, ich mache gerne meine Umsatzsteuervoranmeldungen. Und das gilt immer dann, wenn du im Vorjahr, das ist ganz wichtig, zu jedem Tag muss man sich überlegen, im Vorjahr muss man unter 50.000 Euro Jahresumsatz gelegen haben, und im Vorjahr unter 22.000 Euro Jahresumsatz. Das heißt, unter 22.000 Euro Umsatz, das heißt, das Geld, was reingekommen ist, nicht gewinnen. Und im laufenden Jahr voraussichtlich unter 50.000 Euro. Ganz viel Verwirrung gibt es immer mit diesem voraussichtlich. Was ist denn jetzt mit heute, wir haben den 18. Januar. Was ist, wenn ich denn letztes Jahr bei 20.000 Euro Umsatz war und in diesem Jahr davon ausgehe, dass ich 40.000 Euro Umsatz mache, dann mache ich aber aus Versehen eine Viertelmillion, also so richtig viel. Bin ich denn noch Kleinunternehmer? Ja, weil du am Anfang, also im Januar am Anfang davon ausgegangen bist, dass du im Jahr unter 50.000 Euro bleibst. Das heißt, es geht immer um deine Einschätzung quasi zum 1. Januar. Was denkst du, wie viel Umsatz du in diesem Jahr machst? Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr euch das anschaut. Das heißt, auch wenn ihr jetzt gerade Kleinunternehmer seid, schaut unbedingt einmal, wie viel Umsatz ihr letztes Jahr gemacht habt. Wenn ihr das nicht im Blick habt, kann das echt böse für euch enden. Und zwar aus dem einfachen Grund, wenn ihr es im letzten Jahr bei 23.000 Euro Umsatz warnt, dann seid ihr seit dem 01.01. dieses Jahres kein Kleinunternehmer mehr, Umsatzsteuer ausweisen und Umsatzsteuervormeldungen abführen. Es wäre super ärgerlich, wenn euch das erst in einem halben oder dreiviertel Jahr auffällt, und ihr dann, dann müsst ihr alle Rechnungen korrigieren, rückwirkend seit dem 01. Januar. Deswegen bitte in diesem Januar, eigentlich ist das so ein Thema, was man immer nur November, Dezember anschauen sollte, wo liegt eigentlich euer Umsatz. Und wir machen das auch für unsere Mandanten, dass wir immer im November oder Dezember einmal die Liste durchgehen und sagen, wer ist Kleinunternehmer, wer ist dicht an dieser Umsatzgrenze dran, 22.000 Euro. Und sobald ihr einmal über 22.000 Euro wart, seid ihr im folgenden Jahr kein Kleinunternehmer mehr und müsst Umsatzsteuer ausweisen. Und das ist eigentlich, je später euch das auffällt, desto schlechter für euch. Wir haben übrigens zu all den Themen auch einzelne Videos aufgenommen. Im Hintergrund liest Michelle so ein bisschen auch die Kommentare mit und schaut, dass ich auch nichts übersehe und so weiter. Michelle, vielleicht magst du mal die Playlist zur Kleinunternehmerregelung reinposten. Da habe ich tatsächlich erklärt, was das ist, wie der Übergang zur Regelbesteuerung dann funktioniert, wie man die Buchhaltung macht, wie man die Steuererklärung macht, wie all das die Dinge auch. Das ist jetzt natürlich hier ein bisschen interaktiver. Ihr könnt euch das später aber auch in einzelnen Videos anschauen. Kommen wir zu den ganzen Vorteilen. Warum sollte man diese Kleinunternehmerregelung eigentlich in Anspruch nehmen? Der größte Vorteil liegt irgendwie auf der Hand und zwar ist das Verwaltungsaufwand. Das heißt, ihr müsst nicht monatlich eine Buchhaltung machen, ihr müsst keine brutto netto komische Kalkulation machen, sondern ihr seht einfach, was an Geld reingekommen ist, was rausgegangen ist. Easy. Und dadurch habt ihr halt einfach deutlich weniger Verwaltungsarbeit, Buchhaltungsarbeit und so weiter. Kleinunternehmer können grundsätzlich ihre Buchhaltung auch ohne Probleme in Excel machen. Also summiert das einfach auf, Einnahmen zusammengerechnet, Ausgaben zusammengerechnet, in die Anlage EUR eingetragen und gut ist. Das heißt, da ist jetzt nicht eine aufwändige Buchhaltung notwendig, wie bei anderen, die eine Umsatzsteuervoranmeldung machen müssen. Das heißt, ihr spart euch definitiv Arbeit. Und dann habt ihr unter Umständen einen Preisvorteil und zwar nicht immer. Das ist so ein bisschen so ein Irrglaube. Wenn ihr keine Umsatzsteuer zahlt, könnt ihr billiger anbieten. Das ist nicht immer so, weil wenn ihr Unternehmenskunden habt, haben die auf ihrer Seite ja auch eine Buchhaltung. Und wenn du einem Unternehmenskunden Umsatzsteuer in Rechnung stellst, kann dieser Unternehmer ja auch diese Umsatzsteuer nehmen und in seiner eigenen Umsatzsteuervoranmeldung gelten machen und sich das Geld vom Finanzamt wiederholen. Das heißt, das ist sowieso ein Thema, wo es viel Irrglaube gibt. Aber wenn ihr Unternehmenskunden habt, das heißt in einem B2B, Business-to-Business-Markt aktiv seid, dann hilft euch die Kleinunternehmerregelung überhaupt nicht. Wo es euch natürlich hilft, ist, wenn ihr Endkunden habt, weil Endkunden, also wenn ihr mir einen Weg eine Katze verkaufen wollt, hoffentlich nicht, habt genug, dann kann ich ja keine Umsatzsteuervoranmeldung geltend machen, weil das ist eine private, wenn ich die privat kaufe, dann mache ich privat. Kein Mensch macht privat eine Umsatzsteuervoranmeldung und dann kann ich die Steuer mir nicht wiederholen. Und dann ist das natürlich von Vorteil, weil du natürlich im Vergleich zu jemandem, der Umsatzsteuer erheben musst, günstiger anbieten kannst, weil die Steuer wegfällt. Das heißt, der Preisvorteil der Kleinunternehmerregelung gilt immer nur dann, wenn du in erster Linie Privatkunden hast. Dann ergibt es Sinn, wenn du Geschäftskunden hast, ist die Kleinunternehmerregelung nicht günstiger, sondern gibt es überhaupt gar keinen Unterschied. Dann habe ich mal ein schönes Berechnungsbeispiel. Also weil viele sagen, wie viel günstiger dann, habe ich mal ein Beispiel genommen. Gehen wir mal davon aus, dass diese tolle Katze 25 € kostet und du, der jetzt zuschaut, verkauft die, also einer von euch verkauft sie mit Umsatzsteuer. Das heißt 25 € ist der Nettobetrag, da musst du 19 % Umsatzsteuer draufschlagen, sind wir bei 29,75 €, davon sind dann 4,75 € Umsatzsteuer, die dann ans Finanzamt abgeführt werden müssen. Das heißt, ihr verkauft für ungefähr 30 €. Ein Kleinunternehmer kann sich ja quasi die gesamte Umsatzsteuer in die Tasche stecken. Also ein Kleinunternehmer kann auch für 29,75 € verkaufen, bei ihm landen dann aber 29,75 € in der Tasche. Und das ist natürlich günstig für ihn. Ein Unternehmer würde nie auf die 29,75 € schauen, sondern immer nur auf den Nettopreis, der wäre dann 25 €. Und dann wäre der Kleinunternehmer teurer, also es gibt keinerlei Preisvorteil. Grundsätzlich kann man aber auch nicht sagen, dass es 19 % günstiger ist, weil die Umsatzsteuer immer oben drauf gerechnet wird. Das heißt, man kann grundsätzlich, könnt ihr euch merken, Kleinunternehmer können an Privatkunden ungefähr 16 % günstiger anbieten als der Wettbewerb. Um genau zu sein, müssten es 15,97 % günstiger sein als der Wettbewerb. David schreibt, generell zählt ja, wir können mit allen handeln, auf denen wir auch Mehrwertsteuer bezahlt haben, oder? Die Frage verstehe ich nicht ganz, also Kontext, bist du Händler? Also willst du unternehmerisch handeln, also betreibst du irgendwie E-Commerce oder Handel oder sowas? Du kannst natürlich auch, und das sind so Special Cases, ihr könnt natürlich auch mit Dingen handeln, wo jetzt keine Umsatzsteuer drauf war. Wenn ihr z.B. irgendwas importiert aus China beispielsweise, das Ding wird mit Sicherheit aus China sein, das kommt aus Halle an der Saale, dann weist das chinesische Unternehmen natürlich keine deutsche Umsatzsteuer aus und kannst trotzdem damit handeln. Noch eine Frage. Ich habe schon ein Kleinunternehmen und möchte noch ein zweites Gewerbe anmelden. Muss ich dann beide als Regelbesteuerung oder Kleinunternehmen führen und geht das sowohl als auch? Braucht man unbedingt eine zweite Steuernummer? Es sind mehrere Fragen in einer, aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich das auch sehr häufig sehe, du kannst nicht mehrere Kleinunternehmen quasi nebeneinander eröffnen und quasi mehrfach diese 22.000 Euro Grenze ausnutzen. Das geht nicht. Du kannst nicht sagen, du hast ein Unternehmen 1, das macht 20.000 Euro Umsatz, deswegen Kleinunternehmer und ein Unternehmen 2, das macht auch 20.000 Euro. Nein, du giltst, zumindest wenn du ein Einzelunternehmen gründest, als ein Unternehmer und dann machst du 40.000 Euro Umsatz und dann bist du Regelbesteuerung. Selbst wenn du mehrere Steuernummern hast, musst du zusammen eine Umsatzsteuererklärung abgeben, weil nach dem Umsatzsteuergesetz gilt immer die Person als der Unternehmer oder die Unternehmerin und muss dann eine Umsatzsteuervoranmeldung für alles abgeben. Ob du jetzt das separat anmeldest oder im Rahmen deines aktuellen Gewerbes oder deiner Freiberuflichkeit machen kannst, hängt sehr davon ab, wie weit das voneinander abweicht und da müsste ich den individuellen Case kennen, was du genau machst und so weiter. Man kann natürlich auch sein eigenes Geschäftsfeld erweitern, das ergibt aber nicht immer Sinn. Also wenn es etwas ganz, ganz anderes ist, also keine Ahnung, wenn du zum Beispiel IT-Beratung machst und jetzt parallel aber noch mit, was kann man denn online verkaufen, also so E-Commerce über Etsy einen Shop machst und Handschuhe verkaufen willst, weiß ich auch nicht, das hat nichts mit IT-Beratung zu tun, dann solltest du definitiv ein zweites Gewerbe anmelden. Wenn du jetzt aber sagst, du bist IT-Berater und möchtest jetzt aber nicht nur 1 zu 1 Beratung machen, sondern auch Seminare geben, dann liegt das so richtig zusammen, da würde ich eher deinen Geschäftszweck erweitern und das unter einer Steuern immer machen. David schreibt E-Commerce, du kaufst Pokémon-Karten in Japan, bezahlst 19 % Mehrwertsteuer und verkaufst sie dann hier teurer. Sehr interessant. Ich gehe mal stark davon aus, wenn du in Japan bestellst, also entweder sind das Unternehmen, die auch in Deutschland registriert sind oder du bezahlst die Einfuhr-Umsatzsteuer auch von 19 %. Genau, die kannst du geltend machen und dann kannst du sie in Deutschland natürlich verkaufen, musst denen aber trotzdem Umsatzsteuer ausweisen. Außer wenn du Kleinunternehmer bist, dann rechnest du halt immer gut mit Brutto. Dann rechnest du halt den Einkaufspreis netto plus die 19 % und dann hast du den Einnahmepreis. Pokémon-Karten ist ja wahrscheinlich ein klassisches Endkundengeschäft. Ich glaube nicht, dass es, also ich will es nicht ausschließen, so viele Unternehmen gibt, die bei dir Kunde sind. Das heißt, in deinem Fall wäre aber theoretisch grundsätzlich Kleinunternehmerregelung interessant. Allerdings reden wir bei 22.000 Euro über Umsatz und im E-Commerce sind die Margen ein bisschen niedriger, als wenn du zum Beispiel, wir waren gerade bei IT-Beratung, in der IT-Beratung, wenn du jemanden berätst und dafür 20.000 Euro bekommst, dann hast du vielleicht 500 Euro Kosten gehabt. Du wirst ja einen deutlich höheren Wareneinsatz haben und dadurch wirst du wahrscheinlich mit 22.000 Euro Umsatz nicht besonders weit kommen, um ehrlich zu sein. Aber gute Überleitung, David. Damit sind wir nämlich bei den Nachteilen. Die 22.000 Euro sind nicht besonders hoch. Wir reden hier von Umsatz und nicht von Gewinn. Und von 22.000 Euro Umsatz können noch die wenigsten Menschen leben. Das heißt, grundsätzlich musst du sagen, wenn du das Ganze aufbaust, ich nehme dich einfach als Beispiel, ich finde das ein ganz cooles Geschäftsmodell. Das heißt, wenn du weißt, du baust das auf. Pokémon-Karten sind gerade im Hype oder waren jetzt gerade unglaublich im Hype, habe ich auch mitbekommen. Das heißt, wenn du da echt große Umsätze machst und du sowieso schon weißt, dass du über den 22.000 Euro sein wirst, sehr zeitnah, ergibt es Sinn, dass du auch jetzt schon direkt darauf verzichtest und sagst, okay, ich mache es von vornherein richtig und professionell, auch in der Buchhaltung. Weil das Problem ist, wenn du jetzt den Preisvorteil, den du hast, wenn du einen Endkunden verkaufst, ohne Steuer hast, wenn du den voll ausnutzt und dann kommst du in den Bereich der Regelbesteuerung, dann musst du unsere Steuer ausweisen, dann hast du plötzlich höhere Preise, dann musst du deine Preise alle plötzlich um 19% anheben und das musst du den Kunden irgendwie auch vermitteln. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Massegeschäft oder so ein Geschäft ist mit Unikaten, kann ich nicht sagen, aber das wird regelmäßig bei Kleinunternehmern zu Problemen, weil einfach mal so seine Preise um 19% anzuheben, das machen nicht alle Kunden mit. Und wenn ihr schon wisst, dass ihr auf jeden Fall wachsen werdet, würde ich sagen, verzichtet von vornherein darauf. Sagt einfach, nee, ich mache ohne Kleinunternehmerregelungen. Könnt ihr übrigens, wenn ihr gründet, das im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, also in der Registrierung für das Finanzamt, könnt ihr einfach sagen, nö, will ich nicht. Und ihr könnt auch jederzeit, auch jetzt, wenn ihr nach dem Webinar sagt, ich bin Kleinunternehmer, ich finde es aber eigentlich doof, könnt ihr einfach den Finanzamt schreiben und sagen, ich würde dieses Jahr gerne zur Regelbesteuerung wechseln. Ihr bindet euch dann für fünf Jahre, allerdings reicht ein einfacher Brief aus, machen wir ständig immer für bestimmte Mandanten das zu machen und dann habt ihr ganz normal die Regelbesteuerung. Und gerade jetzt im Januar kann man das auch noch ohne Probleme machen. Ein weiterer Nachteil ist der Image-Nachteil, wenn ihr Geschäftskunden habt, also wie Endkunden habt ihr den Preisvorteil. Bei Geschäftskunden wirkt das manchmal nicht ganz so super seriös, wenn ihr das auf den Rechnungen nicht ausgewiesen habt. Das heißt, wenn ihr Geschäftskunden habt und da steht, ihr müsst auf jede Kleinunternehmerrechnung schreiben, quasi, dass ihr keine Umsatzsteuer erhebt aufgrund der Kleinunternehmerregelung, nach § 19 Umsatzsteuergesetz von der Umsatzsteuer befreit, dann, ja, das ist schon so ein bisschen so. Also der Kunde weiß dann halt, dass er auch nicht mehr als 22.000 € Umsatz im Jahr macht. Und das will man vielleicht nicht taktisch nicht immer seinen Kunden kommunizieren. Das ist so je nachdem, was für ein Verhältnis man zum Kunden hat. Aber das kann doch auch als Nachteil wahrgenommen werden. Denn ein Punkt, den ich am Anfang schon erzählt habe, ist so dieser Kosten- oder Liquiditätsnachteil. Durch die fehlende Vorsteuerabzugsberechtigung habt ihr einfach höhere Betriebsausgaben. Gerade wenn ihr am Anfang hohe Investitionen habt, dann kann das für euch deutlich finanziell intensiver werden und lohnt sich das überhaupt nicht. Da nehme ich immer gerne so einen Taxifahrer als Beispiel. Geht mal davon aus, ein Taxi ist vielleicht ein bisschen alt, sagen wir mal, ich möchte mein Geschäft aufbauen und ich möchte Uber-Fahrer werden. Und damit möchte ich mich jetzt selbstständig machen. Ich mache einen Gewerbeschein und so weiter, alles fein und jetzt melde ich mich beim Finanzamt an. Und ich habe aber noch kein Auto. Ich möchte ein separates Auto haben, was ich nur für meine Uber-Fahrten benutze und dann halt natürlich steuerlich berücksichtigen kann. Das möchte ich halt als Firmwagen einkaufen und es kostet netto 50.000 € plus 19 % Umsatzsteuer. Das heißt 9.500 € sind die Umsatzsteuer. Und jetzt kann ich hingehen und sagen, ich bin Kleinunternehmer und als Kleinunternehmer zahle ich dann 59.500 € für das Auto und muss das dann nehmen und dann über die Jahre abschreiben und so weiter. Das heißt, ich zahle aber ungefähr 60.000 € für das Auto. Diese 60.000 € werde ich ja jetzt nicht im ersten Jahr einnehmen, die werde ich ja über die nächsten Jahre verteilt einnehmen. Wenn ich jetzt aber von vornherein sage, ich will mit der Kleinunternehmerregelung nichts zu tun haben, auch wenn ich nur nebenbei ein bisschen Uber fahre, kein Problem, aber ich mache trotzdem die Regelbesteuerung sehr bewusst, habe ich einen Vorsteuerabzug. Und ich werde in einem Monat das Auto kaufen und habe direkt den Vorsteuerabzug. Das heißt, ich zahle unter dem Strich nur 50.000 €. Das heißt, ich kann das Auto 9.500 € billiger kaufen als der Kleinunternehmer. Und das ist natürlich für mich ein riesengroßer Vorteil. Das heißt, das ist jetzt ein plakatives Beispiel, aber das ist natürlich bei allen anderen Bereichen, wo man erstmal viel investieren muss, definitiv auch der Fall, dass da die Kleinunternehmerregelung in der Regel keinen Sinn ergibt. Max schreibt, was passiert, wenn ich als Kleinunternehmer Waren importiere, keinen Vorsteuerabzug und anschließend zum Einzelunternehmerwechsel muss ich die Mehrwertsteuer abführen, obwohl ich keine Vorsteuer ziehen konnte. In der Regel wechselst du und dann musst du die auch abführen, ja. Ganz klar, wenn ihr hohe Investitionen habt oder mehr Ausgaben als Einnahmen, dann lohnt es sich nicht. Das gilt übrigens auch, wenn eure Leistung dem ermäßigten Steuersatz unterliegt. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe mal für eine Imbissbude eine Buchhaltung gemacht, und die verkaufen halt in erster Linie Speisen. Die kaufen natürlich auch Essen ein, aber grundsätzlich sind Speisen mit dem ermäßigten Steuersatz. Sie hatten aber ganz viele Ausgaben mit 19 % und wenn man das mal gegenübergestellt hat, haben die tatsächlich eigentlich fast nie die Umsatzsteuer gezahlt. Sie haben auch ganz häufig etwas wiederbekommen, weil die Miete mit 19 % Umsatzsteuer und auch ganz viele Nebenkosten, die sie hatten, waren alle mit 19 % und sie haben aber mit 7 % verkauft. Das heißt, sie haben trotzdem jeden Monat, also in dem Fall Quartal, Quartalsweise Geld wiederbekommen, obwohl sie Gewinn gemacht haben. Das heißt, es kann auch Sinn ergeben. Allerdings glaube ich, dass die meisten von euch nicht den ermäßigten Steuersatz haben, deswegen das nur am Rande. Kommen wir zu dem Punkt, für wen lohnt sich diese Kleinunternehmerregelung eigentlich? Also wann ergibt das Sinn und wann nicht? Ich kann euch schon mal sagen, wenn ihr Vollzeit selbstständig sein wollt, das heißt Vollerwerbsgründer oder Vollerwerbsselbstständige, lohnt sich das Ganze nicht. 22.000 € Umsatz im Jahr, davon lässt sich schwer leben und noch schwerer eine Familie ernähren, zumindest dauerhaft. In den Gründungsjahren vielleicht, wenn ihr Rücklagen habt und so weiter, dauerhaft 22.000 € Umsatz im Jahr ist ganz schwierig davon zu leben. Deswegen, wenn ihr Vollzeit wirklich das ernst nehmen wollt, eure Selbstständigkeit, also nicht das nebenberufliche Gründer, dass sie ihre Selbstständigkeit nicht ernst nehmen, aber dann solltet ihr tatsächlich eher die Regelbesteuerung ab Tag 1 nehmen. Es ergibt trotzdem Sinn bzw. auch nicht, wie ich erwähnt habe, für Gewerbetreibende, also Vollzeit sowieso nicht, nebenberufliche Selbstständige im B2B-Geschäft. Das heißt, wenn ihr Unternehmenskunden habt, lohnt sich das auch nicht, hat keinen Preisvorteil, kann aber so ein bisschen dieses Amateur-Image haben, also dieses bisschen unseriöse. Und bei Investitionen habt ihr den Nachteil, dass ihr die Umsatzsteuer nicht wiederholen könnt. Das heißt, wenn ihr nebenberuflich selbstständig seid, dann lohnt sich das im B2B-Geschäft auch definitiv nicht. Wenn ihr allerdings nebenberuflich euch selbstständig macht und eure Kunden sind Endkunden, beispielsweise weil ihr Pokémon-Karten verkauft, dann kann das durchaus Sinn ergeben, aber nur dann, wenn ihr tatsächlich ohne größere Investitionen am Anfang auskommt. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei Pokémon-Karten ist, ob du so ein Broker bist oder ob du erstmal viel einkaufst und verkaufst und so weiter, das weiß ich dann natürlich nicht. Allerdings kann es dann Sinn ergeben. Wie wir merken, alle Vollzeit-Selbstständigen sollten idealerweise nichts mit der Kleinunternehmerregelung zu tun haben und alle nebenberuflichen Selbstständigen nur dann, wenn sie Endkunden haben und auch dann unter 22.000 € sind. Ich kenne auch da Leute, die nebenberuflich selbstständig sind, die deutlich über 22.000 € Umsatz sind, dann seid ihr sowieso schon deutlich raus, sondern es sollte auch auf dem Level bleiben ungefähr. Ich habe zum Beispiel ein paar Freunde, die tatsächlich so einen Etsy-Shop haben und so weiter. Die machen das so ein bisschen nebenbei, haben sie eigentlich als Hobby angefangen, jetzt verdienen sie da ein paar Euro mit und so weiter und die machen halt irgendwie so 10.000, 15.000, 20.000 € Umsatz im Jahr und wollen das auch gar nicht groß weiter aufbauen, weil es für die halt einfach nur so ein nebenbei Ding ist. Bitte gerne, für euch ist quasi die Kleinunternehmerregelung wie gemacht. Kommen wir zu den Besonderheiten der Kleinunternehmerregelung. Also was solltet ihr sonst noch wissen über dieses ganze Ding? Grundsätzlich, das haben wir schon ein paar Mal erwähnt, ist Verwaltungsvereinfachung. Ihr müsst euch überhaupt nicht mit irgendwelchen Steuersätzen 0, 7, 19 und so weiter, müsst ihr euch überhaupt nicht mit beschäftigen, interessiert euch einfach nicht, könnt ihr alles ignorieren. Es gibt keine Unterscheidung zwischen Brutto und Netto und so weiter. Und die komplette Berechnung der Umsatzsteuerzahllast entfällt. Dadurch musst du natürlich auch keine laufenden Voranmeldungen machen. Also andere, also Selbstständige mit einer vollen Besteuerung, also Regelbesteuerung, die müssen halt monatlich oder quartalsweise Umsatzsteuervoranmeldungen machen und müssen monatlich oder quartalsweise eine Umsatzsteuervorauszahlung leisten. Das müssen sie nicht machen. Was aber bleibt und das ist ganz, 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 ganz wichtig, weil ich tatsächlich auch mitbekomme, dass das auch Steuerberater regelmäßig vergessen. Also wir übernehmen ja auch einige Mandanten. Ich sehe das regelmäßig, dass das vergessen wird. Kleinunternehmer müssen auch eine Umsatzsteuererklärung machen und zwar einmal im Jahr muss eine Umsatzsteuererklärung gemacht werden. Wenn ihr eure Steuererklärung macht, müsst ihr eine Umsatzsteuererklärung machen. Auch wenn ihr nichts mit der Umsatzsteuer zu tun habt, müsst ihr trotzdem einmal im Jahr eine Umsatzsteuererklärung machen. Aus dem relativ einfachen Grund, weil das Finanzamt erlaubt euch diese Kleinunternehmerregelung ja nur, wenn ihr unter 22.000 € Umsatz im Vorjahr hattet. Wenn ihr aber nie irgendwann eure Umsätze meldet ans Finanzamt, weiß das Finanzamt halt nie, wann das vorbei ist. Deswegen müsst ihr einmal im Jahr eure Umsatzsteuererklärung machen und quasi dem Finanzamt mit dieser Umsatzsteuererklärung die Umsätze mitteilen. Das ist ehrlicherweise sehr, sehr schnell erledigt. Wenn ihr euch das anguckt, auch dazu wird es Tutorials auch demnächst geben, wie man es bei L2Online macht. Ich benutze sehr, sehr gerne Smartsteuer dafür, also kriege dafür nichts. Smartsteuer, könnt ihr mal suchen, funktioniert da sehr, sehr gut. Tragt ihr einfach eure Umsätze ein, eure Ausgaben ein und dann gibt es so einen Button, so einen Haken, auf Papier gibt es so ein Kreuz, das ihr machen könnt und sagt, ich war in diesem Jahr Kleinunternehmer. Das heißt, ihr müsst keine Umsatzsteuer zahlen, aber ihr müsst die Erklärung machen. Das heißt, diesen Bürokratieaufwand, den habt ihr auf jeden Fall trotzdem. Grundsätzlich könnt ihr auch merken, ihr macht einfache Gewinnermittlungen. Es gibt mehrere Gewinnermittlungsarten und so weiter. Ihr findet auch auf diesem Kanal, ich kann nicht auf alles ganz im Detail tief eingehen, aber es gibt unterschiedliche Buchhaltungsarten. Das heißt, wenn ihr ein bisschen wissen wollt, wie Buchhaltung, worauf ihr da achten müsst und so weiter, schaut einmal nach dem Video, ist auch eine Webinaraufzeichnung gewesen, einfach erklärt oder leicht erklärt oder sowas, gehe ich ganz im Detail darauf ein. Für euch reicht eine Einnahmenüberschussrechnung. Das heißt, eine Einnahmenüberschussrechnung ist immer das, schaut einfach aufs Konto, was ihr gerade ausgegeben habt und was ihr eingenommen habt. Und am Ende rechnet ihr natürlich die privaten Transaktion raus, die quasi mit eurem eigenen Privatkonto ist und habt dann quasi den Gewinn ermittelt. Das heißt, ihr rechnet alle Einnahmen zusammen, alle Ausgaben zusammen und am Ende den Gewinn. Das ist eine Einnahmenüberschussrechnung. Das kann bei euch als Kleinunternehmer auch genauso simpel sein. Also es ist erlaubt, sowas auch in Excel zu machen oder mit Stift auf dem Zettel Papier, wenn ihr unbedingt darauf steht. Durch den Wegfall der Umsatzsteuer müsst ihr nämlich keine monatliche Buchhaltung machen. Das heißt, ihr habt gar nicht die Verpflichtung, wie andere das regelmäßig zu machen. Ich persönlich kann euch es aber dringend empfehlen, weil nur so habt ihr wirklich einen laufenden Überblick darüber. Wenn das für euch aber wirklich so ein Hobby nebenbei ist, ja Gott, dann setzt euch halt einmal im Jahr hin und macht die ganze Buchhaltung und dann ist es fein. Reicht vollkommen aus und diese ganzen monatlichen Meldungen könnt ihr komplett getrost ignorieren. Ona Ramos schreibt, bei Umsatzsteuerverlust wird der Verlust für spätere Voranmeldungen gespeichert oder bekommt man das Geld überwiesen? Das Geld bekommt man überwiesen. Also in 95 % der Fälle kriegst du es einfach überwiesen und dann kriegst du eine Gutschrift vom Finanzamt. Das funktioniert auch sehr zuverlässig, also deutlich schneller als bei so einer Steuererstattung in der Steuererklärung, weil das ist ja auch für das Finanzamt ein monatlicher Job. Die einzige Ausnahme ist, wenn noch beim Finanzamt irgendwas offen sein sollte. Also wenn du zum Beispiel das vom letzten Monat noch nicht bezahlt hast, dann nehmen sie natürlich erstmal die Gutschrift und sagen, ich verrechne das jetzt damit. Wenn du aber immer pünktlich bezahlt hast oder sowas, dann überweisen sie es dir einfach. WJCPM schreibt, wenn ich Kleinunternehmer bin und mich für euch als Steuerberater entscheide, dann könnt ihr meine private und geschäftliche. Da fehlt ein Wort oder Satz oder Halbsatz. Steuern machen. Danke. Genau, wir machen alles. Das heißt, wenn du Kleinunternehmer bist und du willst einfach mit dem ganzen Thema nichts mehr zu tun haben, Buchhaltung und Bankkonto und Umsatzsteuererklärung, Gewerbesteuererklärung, Einkommensteuererklärung, alles. Also auch wenn du ein Angestelltenverhältnis hast und so weiter, du schickst uns einfach die Unterlagen und wir machen alles für dich fertig. Wenn das Finanzamt auch irgendwas ist, dann kommunizieren die auch direkt mit uns. Das heißt, die reden gar nicht mit dir direkt, sondern die reden mit uns. Du hast quasi alles in einer App zusammen und wir machen alles. Also Privat- und geschäftliche Steuererklärung, Voranmeldung, was auch immer. Und ich muss ganz ehrlicherweise sagen, wenn du Kleinunternehmer bist und zu uns kommst, da es ja wirklich auch finanziell nur in ganz wenigen Fällen Sinn ergibt, sollten wir tatsächlich auch ernsthaft darüber nachdenken, ob das denn noch Sinn ergibt. Weil für uns ist das nicht mehr Arbeit. Wir sitzen ja sowieso laufend jeden Tag dran und machen Buchhaltung. Das heißt, es könnte auch durchaus Sinn ergeben, dass du sagst, okay, wenn du sowieso abgibst, dann verzichte ich auch auf die Kleinunternehmerregelung, weil dann ist es für mich ja nicht mehr Arbeit. Du musst dadurch ja nicht mehr machen. Du kriegst halt einmal jeden Monat am 10. eine E-Mail von uns und sagst, wir haben das jetzt mal übermittelt. Das heißt, für dich wäre es dann nicht mehr Arbeit, darauf zu verzichten. Hier kommt der wichtige Punkt, den ich eigentlich eben schon mal gespoilert habe. Ihr müsst trotzdem alle Steuererklärungen machen. Einkommensteuererklärungen sowieso hundertprozentig, die muss jeder machen. Auch das höre ich relativ häufig, ich bin ja im Grundfreibetrag, also ich verdiene unter 10.000 €, ich muss ja keine Steuererklärung machen. Doch, musst du. Sobald du selbstständig bist in Deutschland, musst du eine Steuererklärung machen. Ob du nichts verdienst, auch wenn du dich angemeldet hast, also wenn du dich jetzt im Oktober letztes Jahr selbstständig gemacht hast, aber noch gar keine Umsätze hattest und dieses Jahr erst anfängst, musst du trotzdem für letztes Jahr schon eine Steuererklärung machen, weil du warst selbstständig. Wenn du Verluste machst, musst du eine Steuererklärung machen. Denn bitte, weil die Verluste kannst du übrigens auch mit anderen Einnahmen verrechnen, du musst immer eine Einkommensteuererklärung machen, wenn du selbstständig bist. Umsatzsteuererklärung musst du auch machen, habe ich erzählt. Einfach Zahlen einfüllen, einmal ankreuzen, war Kleinunternehmer. Und was auch ein bisschen absurd ist, wenn ihr Gewerbetreibende seid, dann müsst ihr auch eine Gewerbesteuererklärung machen. Das heißt, ihr müsst alle drei Steuererklärungen machen. Warum ist die Gewerbesteuererklärung so absurd für Kleinunternehmer? Weil die Gewerbesteuererklärung einen Freibetrag hat von 24.500 € Gewinn im Jahr. Und wenn ihr erst ab ganz ungefähr 25.000 € Gewinn Gewerbesteuer zahlen müsst und die Kleinunternehmer nur seit bis 22.000 € Umsatz, dann ist es relativ schwierig, 25.000 € Gewinn mit 22.000 € Umsatz zu machen. Deswegen, ich weiß nicht, ob es in Deutschland irgendeine Koninstallation gibt. Es gibt ja kreative Menschen und die Kreativität fehlt mir. Ich kann mir eigentlich kein Ding vorstellen, wie ein Kleinunternehmer ernsthaft Gewerbesteuer zahlen muss in der Steuererklärung. Deswegen, ihr müsst die Gewerbesteuererklärung machen, ihr müsst sie aber nicht bezahlen. Es ist, weil ihr liegt halt im Umsatz niedriger als das, was ihr als Freibetrag habt. Was auch ganz interessant ist, das wird wahrscheinlich für euch jetzt nicht so super interessant sein, weil wir uns meistens sowieso an Soloselbstständige richten. Aber die Kleinunternehmerregelung kann tatsächlich jeder in Anspruch nehmen. Ihr könnt theoretisch auch eine Aktiengesellschaft gründen und trotzdem, wenn ihr unter den Umsatzgrenzen seid, Kleinunternehmer sein. Das heißt, die Kleinunternehmerregelung ist wirklich nur eine umsatzsteuerrechtliche Regelung und hat nichts anderes zu tun mit irgendwelchen anderen unternehmerischen Tätigkeiten. Das ist auch keine eigene Rechtsform. Das ist nur die § 19 Umsatzsteuergesetz heißt Kleinunternehmerregelung. Das heißt, das kann auch jede andere Rechtsform, auch Aktiengesellschaften und GmbHs und OHGs und GbRs. Und alle können die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen, weil das wirklich nur sich auf die Umsatzsteuer bezieht. Julius schreibt, moin, macht ihr auch Steuerberatung für Kleinunternehmer, die bei eBay Easy, Amazon und Amazon verkaufen? Ja, auf jeden Fall haben wir eine ganze Menge. Ich würde mal sagen, wir haben einige Mandanten, Gott sei Dank. Wir sind 100 % digital, wir arbeiten digital, bei uns gibt es gar kein Papier. Das heißt, ihr habt auch eine App, in der alles läuft. Da kriegt ihr die Beratung, alles mögliche, könnt ihr jederzeit schreiben, einen Termin vereinbaren mit Steuerberater und dann darüber sprechen, wenn ihr das wollt. Dadurch, dass wir so einen sehr digitalen Ansatz haben, haben wir natürlich auch sehr digitale Kunden. Wir lehnen Kunden ab, die uns Papier physisch schicken wollen. Wollen wir nicht, das macht unser Leben kompliziert und das Leben der Kundenmandanten auch nicht einfacher. Aber dadurch haben wir natürlich sehr viele Leute, die auch auf so Plattformen aktiv sind. Deswegen ja, eBay haben wir, Etsy, Amazon und so weiter. Es kommt ein bisschen darauf an, was, also steuerlich und so weiter. Aber dafür sollten wir einfach mal quatschen, habe ich schon ein, zwei Mal gesagt. Unten in der Videobeschreibung, erster Link, könnt ihr euch ein Info-Gespräch machen. Dann habt ihr da Mitarbeiter, Kollegen, die haben super genau Ahnung, was wir können, was wir nicht und wie das alles funktioniert. Dann könnt ihr euch das anhören und sagen, wenn das doof ist, finde ich das doof, ich abonniere lieber den YouTube-Kanal. Das reicht mir sehr, sehr, sehr gerne. Da würde ich mich freuen, wenn ihr ihn abonniert. Aber wenn ihr sagt, das klingt interessant, das könnt ihr mir echt Zeit und Geld sparen, dann herzlich willkommen. Max schreibt, wurden E-Commerce-Händler nicht noch vor kurzem pauschal abgelehnt? E-Commerce gibt es einige, deswegen müssen wir auf jeden Fall persönlich miteinander reden. Da wird es ein bisschen mehr tricky, es liegt ein bisschen da, wo man verkauft, an wen man verkauft, wie man verkauft und so weiter, Max. E-Commerce ist echt schwierig, was die Umsatzsteuer betrifft. Als Kleinunternehmer ist es ein bisschen einfacher, aber tatsächlich, mit E-Commerce müssen wir definitiv das individuell schauen. Das kann ich nicht so pauschal sagen. Ich würde sagen, klassischen Kunden sind so die Freiberufler, die irgendwie online aktiv sind. Webdesigner, Programmierer, Berater und solche Sachen. Das sind so die absoluten, ich würde sagen, unsere absolute Kernzielgruppe. E-Commerce ist unverschauerlich tricky. Da sind wir daran arbeiten, dass das auch noch weiter automatisch automatisierbar ist und so weiter. Da sind wir aber noch sehr, sehr, sehr früh in Automatisierungen. Das heißt, im großen Stil E-Commerce wird definitiv nicht funktionieren. Der Dörfler schreibt, apropos Freiberufler, ich würde mein Tätigkeitsfeld gern um Data Science auf Honorarbasis erweitern. Kann ich somit parallel zu meinem aktuellen Kleingewerbe auch freiberuflich aktiv sein? Du kannst neben deinem Gewerbe auch freiberuflich aktiv sein, absolut. Allerdings habe ich vorhin schon einmal in einer anderen Konstellation erzählt, du musst deine Selbstständigkeiten, die auf dich als Person laufen, zusammenrechnen. Das heißt, es kann gut sein, wenn du jetzt freiberufliche und gewerbliche Tätigkeit hast, wenn du die Kleinunternehmerregelung für die Gewerbetätigkeit aktuell in Anspruch genommen hast, dass es dann halt keine mehr ist, weil du die Umsätze zusammenrechnen musst. Du musst eine Umsatzsteuervoranmeldung, also eine konsolidierte Umsatzsteuervoranmeldung abgeben für beide Selbstständigkeiten. Max schreibt, was ändert sich noch alles beim Wechsel vom Kleinunternehmer zum Einzelunternehmer, außer das Ausweisen von Mehrwertsteuern auf den Rechnungen und der Abgabe einer Umsatzsteuervoranmeldung? Ganz ehrlich, nicht so viel. Muss ich der Berufsgenossenschaft oder IHK etwas melden? Nein, also das ist genau der Punkt. Als Kleinunternehmer seid ihr vollwertige Selbstständige. Das bezieht sich nur auf die Umsatzsteuer. Das heißt, das Einzige, was sich verändert hat, ist natürlich die Umsatzanhebung. Die IHK haben ja so ihre Beitragsberechnungen usw. Die wollen manchmal die Umsätze wissen, um auch die Beiträge anzuheben usw. Aber das wollen sie auch. Also das ändert sich nicht dadurch, dass du nicht mehr Kleinunternehmer bist. Deswegen wird die Kleinunternehmerregelung ganz häufig so als gefühlt eigene Rechtsform wahrgenommen. Nein, es wächst einfach nur so ein bisschen und du machst jetzt auch noch Umsatzsteuer. Es ändert sich sonst tatsächlich relativ wenig und du musst da jetzt nicht separate Meldungen usw. machen. Du hast noch gefragt, Kleinunternehmer, Firmenname. Grundsätzlich ist es bei einzelnen Solo-Selbstständigen, wenn sie nicht im Handelsregister eingetragen sind, dann heißt die Firma immer so wie du. Das heißt, wenn du Max Meier heißt, dann muss immer Max Meier in deinem Firmennamen sein. Du kannst dich gerne Max Meier Goldschmiedemeister oder Max Meier Kfz Service nennen oder sowas. Du darfst dich aber nicht irgendwie ganz anders nennen und deinen Namen weglassen. Das darfst du nicht machen, außer du trägst dich im Handelsregister ein und dann hast du immer so eine Ergänzung eingetragener Kaufmann oder E-Kfz oder eingetragene Kauffrau. Wenn du das nicht machst, ist dein Name immer der Firmenname. Name und Logo schützen kannst du ohne Probleme machen. Das machst du beim Deutschen Marken- und Patentamt. Das hat auch nichts eigentlich mit Buchhaltung weiter zu tun. Du kannst natürlich die Kosten als Buchhaltung absetzen und kannst du die schützen lassen. Das habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Das dauert eine Weile, weil ich keine Ahnung genau wie das läuft. Wie gesagt, ich bin kein Anwalt, das hat bei mir persönlich immer eine Weile gedauert, war aber überhaupt kein Problem. Reisekosten, also alle betrieblichen Reiseaufwendungen kannst du selbstverständlich absetzen. Wir haben dazu noch kein allgemeines Video. Also Reisekosten, alles was betrieblich veranlasst ist, also für Dienstreisen und so weiter, kannst du die Reisekosten vollständig als Geschäftsausgabe absetzen. Restaurants, dazu habe ich definitiv ein Video. Bewirtungskosten, also auf jeden Fall kannst du Bewirtungskosten absetzen, wenn du mit Geschäftspartnern quasi essen gehst und sie bewirtest und andere Ausgaben absetzen, worauf du achten musst. Grundsätzlich kannst du alles absetzen, was dir irgendwie in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft irgendwann mal Einnahmen und Umsätze beschert. Wenn das gegeben ist, kannst du die Kosten absetzen. Jessie Freak hat noch vorhin eine Frage gehabt. Hallöchen, kann ich eigentlich Rechnungen von Anschaffungen, die ich kurz vor meiner Gewerbeanmeldung gekauft habe, einreichen? Es kommt ein bisschen darauf an, wie weit vorher, aber wenn du es kurz vorher warst, auf jeden Fall. Also Investitionen in der Gründungsphase kannst du ganz normal berücksichtigen. Solltest du machen, du hast dann halt in den ersten Wochen und Monaten Verluste gemacht, überhaupt kein Problem. Max schreibt noch, wenn ich hauptberuflich Student und nebenberuflich als Kleinunternehmer selbstständig bin, kann ich dann Ausgaben aus beidem mit einem Verlustvortrag mit ins nächste Jahr nehmen, Erststudium? Grundsätzlich ja. Also wenn du Verluste machst, auch dazu haben wir tatsächlich ein Video. Ich muss euch jetzt nicht jeden Link posten. Such mal Verlustverrechnungen auf unserem Kanal. Kannst du machen, wenn du Verluste machst, trägst du es auf jeden Fall vor. Du wirst es mit Sicherheit kennen, wenn du studierst in deinem Erststudium. Das ist so ein Klassiker eigentlich, dass du so Fortbildungskosten, wenn du viele Kosten hast mit deinem Studium, dass du die vortragen kannst, wenn du jetzt noch selbstständig bist und damit auch noch Verluste machst. Dann ist meine erste Frage, woher nimmst du das ganze Geld? Irgendwie muss er es ja bezahlen. Wenn du dann Gewinne machst, kannst du es natürlich verrechnen, aber du kannst natürlich, wenn du da Verluste machst, am Anfang kannst du es vortragen und in den folgenden Jahren quasi aufbrauchen. K.K. schreibt, wenn ich vor zwei Jahren schon mein Gewerbe angemeldet habe und aus diversen Gründen Todesfall in der Familie Corona noch keine Einnahmen und Ausgaben hatte, also 0 Euro, stört es das Finanzamt. Erstmal mein Beileid. Es gibt leider immer wieder solche Storys. Du musst halt Steuererklärung machen, weil du selbstständig warst. Du hast also die Verpflichtung Steuererklärung zu machen, die musst du machen. Das Finanzamt stört es aber überhaupt nicht, ob du da was machst oder nicht. Ich habe tatsächlich auch noch eine Selbstständigkeit, da habe ich seit sechs oder sieben Jahren gar nichts gemacht. Also einfach 0. Daran mache ich auch jedes Jahr einmal die IÖR 0, 0, 0, 0, 0. Könnte ich theoretisch auch abmelden, aber ich finde es halt irgendwie auch ganz interessant oder ganz nett, eine laufende Selbstständigkeit zu haben und wenn denn mal irgendwas ist, dann kann ich mal eine Rechnung schreiben. Finde ich ganz gut, habe ich deswegen nach wie vor. Finanzamt macht aber überhaupt keinen Stress. So, ich bin begeistert, dass ihr heute so aktiv wart. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir verabschieden uns so ein bisschen in die Umbaupause und dann haben wir hoffentlich bald ein neues Setup, ein sehr viel schöneres Setup. Ich bedanke mich aber für eure Aufmerksamkeit heute, wünsche euch einen grandiosen Abend. Bleibt bitte gesund und wir sehen uns vielleicht in einem der nächsten Wochen am Dienstag. Ciao, ciao!